Willkommen Leute, zurück zu GTA Cunning Stunts. Heute mit Anish, Ego, Krabs, Kunan, Manus, McFly, Nils und Glatzen-Let's-Player. What's it? Der Glatzen-Let's-Player. Einfach wieviel Daumen dieser Kommentar gekriegt hat. Das war so geil. Oh Leute! Wer hat den Start gemacht? Das war ja fail. Das fängt schon mal direkt gut an hier. Lass das. McFly! Ja, super. Wow! Ey, ihr Pisser! Alle sind gecrashed hier. Nein, nein, nicht alle. Nur alle. Oh, Anne ist noch weg. Was? Anne, ich hab dich doch auch gesehen, wie du einen Unfall gebaut hast. Ach, Manus, du. Was ist das? Scheiße, sag doch, dass das gerade nach unten geht. Wo bist du denn gefasst? Wow, hast du ein Glück? What? Oh, 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 shit, oh nein. Nein. Du bist doch nicht weg. Weg für den Drang. Nee. Oh, die Strecke ist ja episch, Alter. Nein, nein, du musst nicht. Nee, nee, jetzt machen wir's nicht. Ich wollte einfach nur überholen. Aber die Strecke ist echt episch, Leute. Das ist krass. Richtig schönes Beat. Der hat mich ja krebsens raus, ey. Was ist denn da? Der Mainis? Äh, lol, hör auf damit! Hör da auf, fahr da einfach vorbei! Oh, lol! Oh, lol! Wie geil! Oh, lol! Oh, die ist es auch weg! Okay, okay, okay. Danke! Wow! Ey, die ist fett, ey, ohne Mist! Die ist schon Geschwindigkeit, ne? Nice! Dein, da war nicht schlecht! Oh! Geht noch schneller! Oh! Oh! Wir hätten so'n schönes Rennen gehabt! Ja! Aber nein! Dann kam der Manus wieder! Das dauert ja manchmal. Ach, Anna, du wirst ja mit, du wirst ja mit Mehrmannspielen auch besser. Aber ich würd dir empfehlen, vielleicht mal Controller zu holen. Controller. Ah, ne, einfach nur Controller. Da muss ich ja erstmal Controller lernen, da muss ich zwei Sachen gleichzeitig lernen. Ey, Controller musst du nicht lernen! Seit wann lernt man Controller? Das ist schon ganz schön. Wie alt war ihr, als ihr das gelernt habt? Ich drei. Ja, gut, bei dir ist das auch noch nicht lange her. Ja, eben. Ja, du musst ja die Abstände sehen. Ah, die Kurve, ja ist krass. Wenn wenigstens einer von euch zurückfallen würde, könnte ich mit dem Wind schatten. Welcher Platz da? Lol. Ach du Scheiße! Äh, okay, das versteh' ich grad nicht. Ich? Was? Lol. Es gibt einen Ort, wenn du da nicht drehst, kannst du nicht mehr fahren. Alter, ist der Sprung krass. Der Sprung ist mehr wie krass. Oh nein! Oh nein! Ein Berg! Ein Berg! Wow! Alter! Lol, das ist Ziel! Und dann kannst du Windschatten nehmen. Fuck! Was ein Sprung, ey! Was ein Sprung! Mega, oder? Oh mein fucking Gott! Und krass! Oh nein! Nein, das ist Ziel! Scheiße! Der Manus gewinnt das! Der fliegt wie jetzt auch! Wer fliegt da an der Seite denn noch? Ich lande auf dem Felsen! Baby! Oh! Nice! Nachdem Manus da so ne Kacke gemacht hat, gewinnt der. Oh! Oh! Eine Wundkurs! Ja! Kein Wundkurs! Nachdem er so ne Kacke gemacht hat, Leute! Oh! Oh nein! Nein, 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 nein! Ich explodier! Oh! Wer ist denn? Wie viel da bist du geworden, Chigo? Ich hab 5 da! Das will ich doch sehen! Alter! Der Sprung ist nach der Hammer, Kundran, oder? Oh, Kundran, was machst du da? Am Ziel ist doch nicht gut! Oder? Ne! Alle haben ein anderes Auto genommen! Oh! Wasted! Oh, Kundran! Ich hab die Feuerball an! So ein Feuerball, Junge! So ein Feuerball! Aber jetzt darf sie nicht noch mal springen, schade! Weißt du, wie viel Mana so ein Feuerball kostet? Ja! Ich bin für ein Feuerball! Oh, Mann! Das war ne krasse Rennstreik! Das war wirklich krass! Das hat Spaß gemacht! Das war wieder eins von den Neuen! Also die haben jetzt wieder 5 neue Strecke rausgebracht die Woche! Yay! Bin ich noch Dritter geworden? Hast du mich noch überholt, Christoph? Ja, ich hab dich noch überholt! Ich glaube, ich hab gewonnen! Ja, und popelt in der Nase! Das ist ja real getreu! Wie im Real Life? Ja! Aber im Real Life esse ich die immer noch! Oh! Geht das? Aber guck mal! Wieder ich ein Mensch! Ja! Ihr habt damit angefangen! Hier die Frauen schummeln wieder! Die Frauen! Die Frauen! Die Frauen! Die Frauen! Habe ich nicht! Na eben! Das ist ein Frauenwagen! Ich war denn in der Aufnahme! Ich zitiere Early Boy! Oh! Ja! Ich bin halt echt! Das ist gedoppelt RP und doppelt Geld! Ja, stimmt! Das ist ja jetzt was! Und Leute! Das abusen wir! Aber sowas von! Bringt uns auch so viel diesen... Players joining! Please wait! Moment! Ihr seid noch nicht in der Lobby? Ne, McFly und Anna! Anna noch nicht! Anna noch nicht! Und McFly noch nicht! Ich wusste nicht, dass ich meine Porte anrücken musste! Ah! Please radio off! Nein! Das kann doch jeder selber machen! Anne sucht das Auto aus! Anne schnell! Was? Dann X80 Proto! Oh nein! Hast du auch den X80 Proto genommen? Ja! Das wäre jetzt sehr wichtig! Welche Farbe? Welche Farbe? Natürlich braun! Aber die Farbe ist jetzt eine schwere... Eisweite! Mit braun ist man schneller am Abend! Nein! Der beste Lack ist immer noch der Weiße! Ja, weil kein Lack ist langer! Rot ist schneller! Roter Farbe! Aber ich hab den roten schon genommen! Den kannst du nicht mehr nehmen! Ja, dann kriegt den einer nicht! Ich habe auch raus! Nein! Okay, ich habe rot! Damit ich den Gegnern Angst mache! Oh Gott! Was ist das für eine Strecke? Oh, ich habe ein blaues Auge! Dalu sieht aus! Dalu sieht so richtig lustlos da! Das war gemein! Ja, weil es so langweilig ist, immer Erster zu werden! Aber du warst ja gar nicht Erster! Bis einer geschummelt hat! Ja! Also ich kann mich nur daran erinnern, ich wollte einer gegen so eine Bande schuppen und ist verunglückt! Die kennen wir, glaube ich, schon! Das ist deine Strecke, Crabs! Wo du vorm Ziel in der... Geh weg! Links ist schneller, der Lübner! Nein, links war wirklich schnell! Nein! Aber... Das ist nicht! Sag sie! Ey! Kundran, du bist doch... Ey! Das ist dein Ernst, oder? Das Geile ist immer der Anfang... Fuck yeah! Ey! Was machst du hier da, Lalu? Hau ab, ey! Hau ab! Danke! Scheiben sind kaputt! Heifen kaputt! Heifen! Heifen! Jetzt kommen die langsam... Oh! Da wurde einer im Looping erwischt! Im Looping! Oh nein! An dieser doofen Kreuze! Aber wie setze ich mich zurück? Der übst du langen Gedrücktheit! Der übst du langen Gedrücktheit! Controller mit Tastatur F! Wieso bin ich Dritter? Ich bin der Erster! Ja, frag ich mich auch! So weit von! Was machen du schon wieder Erster? Nein, ist er nicht! Ich bin Erster! Nein, dank Kundran bin ich's nicht! Du hast mich komplett weggedreht am Start! Du hast mich... Du hast mich verunfallt! Ja, irgendwie kann ich die Schnauze links und rechts drehen! Ja wirklich! Vor dem ersten Sprung bist du voll mich reingefahren! Hansa war ich! Ach da am Anfang als du einfach rüber gezogen hast! Egal nicht! Das muss ich mal versuchen! Ne Nils, bevor der Crash kommt! Nils, der Crash kommt! Jetzt kannst du mich gleich wieder überholen und so! Du wirst echt langsam! Das ist krass! Das ist aber auch gut! Das ist wichtig! Komm Renni, Bus! Du hast ein grünes Auto? Ja, ich... Warte, wo geht's lang? Ich bin Orientierungsfluss! Oh Gott! Oh Gott! Irgendwie klingen die Dinger wie... Äh lol, hinter mir ist irgendwas explodiert! Oh meine... Sagst du, ist grad explodiert! Der hat dich nicht gelandet! Ja, ja, ist gut! Wenn du mich hier gerandet hättest, hättest du mal beigetragen! Wär's zurück gewesen! So, fördere your bobs! Wo seid denn ihr? Vor dir, mein Freund! Vor dir! Das war's von Crabz! Na, noch! Das war's von Crabz! Danke, das war's von Crabz! Danke, das war's bei Crabz! Nein, 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 nein! Oh shit! Ich konnte ja eh nicht aufnehmen! Der stand denn hier grad auf der Straße! Oh nee, das ist jetzt kacke! Das ist jetzt kacke! Das ist überhaupt nicht kacke! Mach dir nicht ins Hemd, Mann! Du wärst ja weg gewesen! Nur jetzt! Abmarsch! Sorry! Ich hab nicht gesehen, dass du da kommst! Oh, da ist Chico! Wenn man vorne ist und verteidigen muss, darfst du nur einmal auf die Seite setzen! Oh, scheiße, nein! Oh, ja, manchmal geht's! So wie bei 401! Oh, da ist Chico! Ja, sag ich doch! Oh, ich bin dritter! Chico! Wolltest du dich gar nicht kennenlernen? Wir sehen uns! Was steht das jetzt schon wieder? Wie hab ich mich jetzt gedreht? Kann man hier auch rüberspringen an der Rampe nach links? Das wird auch gehen! Ey, jetzt zwei Bobos, könnt ihr mal warten da vorn! Halt's Maul! Bring dich an! Oh, wo seid ihr denn? Oh, da landet der wieder! Aber ich bin hier langsamer! Hier holst du locker auf! Stay bevor die Crasher kommt! Oh! Oh, davon seid ihr ja! Davon! 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 Ist jemand rausgeflogen? Crapst! Ah, okay! Ich hab mich schon gewundert, dass ich nicht mehr letzter bin! Oh nein! Aber bist du ja dann eigentlich! Ja, bin ich eigentlich! Ja, die hast du besser genommen hier! Das war nicht schlecht! Oben bleiben! Damit man nicht auf die Straße geht! Oh, ihr seid ja schon rum! Oh, lol! Ihr seid echt weit weg! Jetzt hört auf euch gegenseitig zu boosten und stellt euch den Kampf! Ja, aber ich crasht! Ich glaub' ich lande auf deinem Auto! Ich bin zur Seite gezogen! Wir sind links! Ich alle! Mist! Eine neue schnellste Runde! Wow! Wer denn? Was? Alle? Wow, lol! Neue persönliche Festleistung! Persönliche Festleistung! Man muss ja die Feste feiern wie sie fallen, ne? Oh, oh! Ich seh den Schatten! Oh, oh! Ich seh den Schatten! Oh, da ist jemand! Oh, wie sie sich da vorne gegenseitig einfach wegboosten, ey! Das ist so arm, ey! Wie ist das? Boah! Der hat sich schön den Windschatten! Ja, ja! Du kannst auch mal aufrufen! Die zwei Angst zu verlieren haben die mehr nicht! Einfach nur Angst zu verlieren! Aber wenn du Windsch... Ja, aber okay, dann ist aber... Am Anfang Crash hat halt verloren! Ja, richtig! Ja, super! Danke, Kunteran! Das geht, ne? Du kannst immer noch... Ja, du kannst es immer noch... Ja, du kannst es immer noch! Ja, man kann auch auf Ego... Ja, aber dann wär's halt geiler, wenn du so 30 Runden einstellst! Oh Gott! Dann hast du doch die Chance! Oh, hast du gebremst? Nein! Wird das Windschatten davor? Oh, wer kommt da geflogen? Kunteran, lol! Ich hab mich nämlich gerade ein bisschen... Ja... Komm, lass mal versuchen, die zwei zu kriegen davon! Das will ich sehen, ey! Wie viele Runden haben wir? Drei! Und wir sind jetzt in Runde drei! Okay! What the fuck? Jetzt schon? Jetzt! Ja, komm, fahr ran! War das nicht letztes Mal zwei? Nee, nee, drei! So! Später! Na, nein! Na, die fahrt ja jetzt, dass ich den Looping da auch... Da ist er noch untergefallen! Da ist er noch untergefallen! Da ist er raus! Ist er noch Runde eins? Ah, komm! Da fliegt einer und da fliegt einer im Looping! Das sieht so geil aus! Dann landet er! Und... Ah, reiße! Ist das bei Ernst? Das ist auch ein Vorteil! Ah! 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 Ach nein! Der ist eigentlich Platz 5! Ach gut! Der da vorne ist Platz! Das ist ja... Ach! Ach komm, Mann! Wieso ist denn dieser... Alter, wie weit ich fliege! Ich glaube, das wird nichts! Die coolen Tipps! Die coolen Tipps in den Kommentaren! Du musst das so machen! Ach ja! Ja! Anne, wenn man sich deine Videos anguckt, ist das aber auch so ein bisschen so wie bei Elders React Videos! Das ist so böse! Du stehst auf meiner Liste, Nidz! Ja! Ablos Liste! Oh! 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 Das könnte nicht gewesen sein, ja! Da hat mich beinah jemand aus dem Lupin geraucht, ey! Das hab ich gesehen! Das war nicht ich! Dafür ist die Strecke einfach nicht mehr lang genug! Sagst du müsste das gewesen sein fast! Ja! Das macht ihr gerne, ja! Durch Vorliebe ey! Sagst ihr! Sagst sie, die am ersten Renn, nicht aus dem Arsch kommt, nämlich blockiert! Am allerersten Renn.. Ach so, heute... Oh, dort, Chico! Ach, da hast du Gas und Bremse vor ihm! AHHHH! Nein, Chico! Wo ist du? Ach! Wow! 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 Was ist los? Viele Tote? Wer hat das grad gemacht, ey? Wer hat in der Luft gerammt? Wow! In der Luft gerammt, das ist ja die mieseste Nummer überhaupt, ey. Ich hab dich überholt und wolltest das nicht zulassen. Du? Hast mich weggerammt beim Verholen. Wow! Okay, jetzt bist du weg. Ich wär jetzt aufgesprungen. Sag mal, nützt dir ne Abkürzung oder so? Nee, ne? Nee, nee, geht ja gar nicht. Du musst in den Checkpoints einsammeln. Ja. Im Looping musst du gar nicht steuern. Einfach nur gerade bleiben. Heilig viel Vorsprung. Da dreht sich die Kamera immer so, dass ich mich von vorne sehe. Wie soll ich das steuern? Was? An allen Stellen, wo du so eine Situation hast, musst du nur geradeaus fahren. Nicht weil das Spiel das automatisch macht, sondern einfach weil das alle Stellen sind, wo es nur geradeaus geht. Ja. Oh Gott. Bei so Looping ist das echt hilfreich. Nee, jetzt bei dieser komischen Kasse. Hast du davon? Ich hab mich wieder richtig gedreht. Ja, scheinbar nicht. Aber langsam. Das ist Maxi. Ja, da hast du als Sachse dir geholfen. Oh fuck nein! Oh Mann. Dass das Wechseln zwischen den Spielern immer so lange dauert. Beim Umschalten. Seid ihr schon im Ziel? Das war toll aus. Wie? Und ich? Ja. Ich bin auch kaputt genommen in der Röhre. Shit ey. Die Röhren sind auch tückisch ey. Ja, so richtig tückisch. Oh ey. Tückisch. Sagst du 20 Sekunden? Ich glaube das geht. Das wird doch. Oh, okay. Oder? Oh, das ist so schwer einzuschätzen. Oh da, so da. Ich glaube du wirst vorm Ziel stehen bleiben. So, schon hier vorne. Oh, oh, oh. Drei, zwei, eins. In Ziel. Okay, halt. Ach man, ich hab's fast geschickt. Maxi Schulter. War einfach nur für Tower. Einsprung versaut und es rennen wir vorbei. 20.000 Cash. Oh ja. Wir werden jetzt gewonnen. Ich. Wer wohl. Ja, geil. Ja, wohl. Boah, das wird im nächsten Grad wieder anders aussehen. Ja. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut mal vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut bis dahin. Tschau. Tschüss. Tschau.